Karsttani fragt, wie findest du das Spiel bisher? Super! Also wie gesagt, ich kenne das Spiel schon aus dem Gronkh Let's Play. Also ich habe das Gronkh Let's Play-Computer geguckt. Ich spiele es jetzt mal selber im Stream. Mir gefiel es schon, als ich beim Gronkh gesehen habe. Also, ja. Bah, ekliges Geräusch. Hm, lecker! Ja, und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Tut mir leid, dass Maudi jetzt den Juhu-Volk gekrault hat. Das ist jetzt ein bisschen traurig, aber... Tja, Maudi. Ja, vielleicht bei meinem 1-Million-Abonnenten-Special. Kleiner Anreiz. Ja, ich sag's mal so. Also, bei meinem 1-Million-Abonnenten-Special mach ich einen 24-Stunden-Stream. Ist jetzt eine Ansage. Bei meinem 1-Million-Abonnenten-Special mach ich's. Kriegen wir hin. Bei meinem 1-Million-Abonnenten-Special. Ist Deal. Na dann mal ran. Haltet euch mal ran. Hier ist noch ein Spiel. Captain Unbrauchbar. Verfolgungsjagd im Honk-Mobil. Lass du noch mal zu dir, Karst. Danny, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Eins meiner Lieblings-Spiele würde ich sagen, den Namen bricht aus. Also, Deadlicks-Spiele generell. Großartig. Ich liebe das Spiel. Das ist wirklich... Ich find's großartig. Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. Ich schon. Und das ist die dämlichste Spiele-Sammlung, die ich je gesucht habe. Juhu meldet sich zurück. Okay, nicht traurig sein. Bin schon wieder da. Ich bin nicht traurig. Na doch, wär schon traurig, wenn du jetzt... Wenn du von Mordi verschreckt wurdest. Mordi meldet sich. Ich bezweifle, dass ich dran schuld bin. Weilche Leute schauen nur 24-Stunden-Streams. Das Internet ist seltsam. Ja, gibt's bei mir nicht. Beim Eine-Million-Abonnenten-Special. Versprochen. Das ist jetzt einfach mein Deal. Versprochen. Ich verspreche's euch jetzt einfach. Zu meinem Eine-Million-Abonnenten-Special. Fleißig abonnieren. Dann kriegen wir das hin. Hier ist noch ein Spiel. Quiz-Oase. Ah, hier die ganzen Spiele. Jetzt kommen wir... Ich hasse dieses Geräusch. Mh, lecker! Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Das hatten wir bereits. Hier ist noch ein Spiel. Inspektor Schnatter. Sehr schönes Spiel. Hier ist noch ein Spiel. Flipchip. Ich hab das Gefühl, das hatten wir schon. Was hältst du davon, Harvey? Ich geh, ich geh. Ich bekomme Ausschlag von Gesellschaftsspielen. Okay, merkt euch. 48 Stunden Stream bei einem Millionen Abonnenten. 42. Äh, 24. 24 Stunden. Das haben wir abgemacht. 24 Stunden Stream. 24 Stunden ist die. 48 Stunden vergisst das. 24 Stunden. Das machen wir. ... Ehr aimed vor. Bei einer Millionen Abonnenten. oder für 100.000 Euro. Je nachdem, was zuerst passiert. Entweder spendet mir 100.000 Euro oder ich kriege eine Million Abonnenten. Dann machen wir das. Deal. Okay, das hatten wir auch schon. Chris Oase. Okay, ich bin das abgelenkt. Wann kommt Breath of the Wild? Niemals. Chaos Tier Tiny. Niemals. Ich bin kein The Legend of Zelda Fan, muss ich ehrlich sagen. Ich hab's ein, also Breath of the Wild nicht, aber ich hab... Mordi, was sagst du schon wieder? Ach ja, dann müssen 96 Stunden bereich. Applaus von Skadi W. Mhm. Breath of the Wild wäre geil. Gibt's bei mir nicht. Zelda gibt's bei mir nicht. Ich hab mal The Legend of Zelda nicht Link to the Past, sondern... Wie heißt das? The Legend of Zelda Erlinked Between Worlds für den 3DS hab ich gespielt. Oder für den DS, keine Ahnung. Das hat mir gar nicht gefallen. Also ich bin kein... Mario Pokémon gibt's bei mir auch gerne anderes. Also... Zelda gibt's bei mir nicht. Das ist... Das ist einfach... Das ist irgendwie... Irgendwie nicht meinst. Ich kann's nicht abgern. Ich kann's später noch ausruhen. Stimmt, aber reden kannst du mit ihm. Schlaf, Edna. Schlaf. Ich werde mit einem Mal so müde. Oh, ich auch. Und Skyrim, fragt der Chrisse. Skyrim... Könnt man mal über... Könnt man mal drüber nachdenken. Ja. Skyrim... Vielleicht... Der Mordi spielt Skyrim. Bringt da, glaube ich, sogar auf seinem Kanal. Lights, Lights, Lights auf seinem Kanal. Kann ich weiterdenken. Weiterleiten. Der Mordi auf seinem Kanal, Skyrim. Ich erstmal nicht. Ich hab grad andere Projekte, aber... Kann ich mir merken. Irgendwann. Nicht dieses Jahr. Und nicht nächstes Jahr, aber... Vielleicht übernächstes. Falls es mich dann noch gibt. Und mein Kanal. Doom. Ja, also... Generell, grundsätzlich... Grundsätzlich, sag ich mal, für meinen Kanal... Eigentlich bin ich ein Nintendo-Oni-Netzplayer mit... Also Plus. Nintendo-Oni Plus. Jetzt hab ich jetzt irgendwie ein bisschen auf... PC... Expandiert und... Ja... Also... Mit Einschränkungen. Also eigentlich... Da bin ich eher vorsichtig. Heute geht's um Streamchat hier wirklich ab. Da geht hier... Da geht die Luzi ab hier. Und dann brennt die Luzi. Clash of Clans. Vergiss es. Es kommt nicht vor. Nicht einschlafen. Wir brauchen noch den 24-Stunden-Stream. Ach, das war der Kommentar zu dem Sofa. Ne, den 24-Stunden-Stream gibt's nicht. So, ich red mal kurz mit dem... Ardoman. Ihr werdet's mir entschuldigen. Hallo, junges Fräulein. Warte. Bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hoch energetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Etna. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Ja. Dein Freiheitsbestreben ist groß. Dein Chi fließt nicht. Es strömt. Zu lange wurdest du gemaßregelt. Zu lange zurückgehalten. Die Dämme brechen. Der Vulkan bricht aus. Der Vulkan bricht aus. Etna bricht aus. Was führt dich zu mir, Etna? Sehr gut. Ich möchte dich fragen, wer du bist. Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alu-Mann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Mein Auf-Ansehen, der sich gerade im Chat... Ja, für alle, die neu jetzt hier sind, die neu dazugekommen sind, der Stream hat tatsächlich eine halbe Minute Verzögerung. Das ist ein bisschen lästig, aber ich hab's nicht anders hinbekommen. Ich, Noob... Kannst du den Chat im Stream zeigen? Nee, kann ich noch nicht. Ich kann's halt wirklich nicht. Ich, Noob... Also, wenn ich sage, ich kann's nicht, dann kann ich's nicht. Also, ich würd' schoden, aber... Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdruhne. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Die ist auch endlich an Bord. Ja, gut. Mario Party. Ja, das gibt's auf meinem Kanal. Super Mario Party für die Nintendo Switch zuletzt. Lange kein Mario mehr gespielt. Gibt's vielleicht mal wieder. Ich hab' jetzt einen Plan... Hier... Wie heißt das Spiel? Das mit dem langen Titel hier... Hier... Ich hab' keine Ahnung. Das ist wieder ein Super Mario Bros. New Super Mario Bros. New Deluxe. So hieß es, glaube ich. Deluxe. Also Skyworm gibt's bei Mordi. Da muss er zu Mordi gehen. Das gibt's auf dem... In seinem Kanal. Falls das mal hochlädt. Ah ja, der rät... Der näht ziemlich un... Unregelmäßig hoch. Ah, gut. Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Ja, Mordi ist hier bei uns. Der Experte. Naja, Hoff ist so. Der Technikexperte. Also der ist eigentlich der... Ja, Mordi wird mir nachher zeigen, wie es alles geht. Da richten wir uns das alles ein. Und dann im nächsten Stream vielleicht schon mal haben wir dann den Chat drin. Normalerweise läuft hier relativ wenig. Also ich bin jetzt hier wirklich überrascht, dass hier überhaupt so viel los ist im Stream. Das kommt normalerweise nicht vor. Es sollte ziemlich viel... Also wahnsinnig viel los hier. Also es ist... Sonst ist Mordi immer der Einzige, der ist... Der hier... Also wenn überhaupt die ersten beiden Streams für den Bericht aus, die ich gemacht habe, die waren hier komplett ohne Chat. Da hat es sich gar nicht genutzt, den Chat einzublenden. Wenn jetzt regelmäßig so viel los ist im Chat, dann nutze ich es, den mal einzublenden. Können wir das mal machen. Das wäre wirklich spitze. Und jetzt alle mal meinen Kanal abonnieren, falls das euch gemacht hat. Wo ihr eigentlich gerade so viele da seid. und den Podcast hören. Werbung Ende. Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt. Der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschendem Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hat er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hat sogar eine Choreografie geschrieben. Aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgens Hit-Ups und Liegestütze. Oh nein. Jugo schreibt, Tschüss, wir sehen uns in 24 Stunden wieder. Hoffentlich nicht im 24 Stunden Stream. Der könnte noch einen Weichen brauchen. Es sei denn, ihr abonniert jetzt alle fleißig und eure ganzen Familie und alle Freunde. Dann haben wir vielleicht morgen schon die 1 Million zusammen. Das würde ich nicht hoffen, weil morgen den 24 Stunden Stream, das kriege ich nicht hin. Ja, strengt euch an. 24 Stunden Stream bei der 1 Million. Auch drinne. Sprechen wir über was anderes. Genau, sprechen wir über was anderes. Das ist ja, ich muss mich jetzt mal aufs Spiel konzentrieren. Mich freut es tierisch, dass der Chat so abgeht, aber da muss ein Modi vielleicht jetzt mal den Chat übernehmen und uns da gegebenenfalls, falls mal ordentliche Fragen aufkommen, da mal antworten. Ich muss jetzt hier mal, ich muss mich mal mehr aufs Spiel konzentrieren. Ich will doch ab und zu mal antworten, aber ja, ich hänge zu viel mit dem Chat ab. Das ist immer noch ein Let's Play. Tschüss, Juhu, übrigens. Das hatten wir schon, das hatten wir noch nicht. Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Ätna. Sei einfach. Modi geht Abonnenten kaufen. Naja, das ist ja, also wollen wir schon, also am liebsten wären wir natürlich richtige und eine Million Abonnenten. Das wäre schon, das wäre schon, wir sollen natürlich auch welche, Kommentare schreiben und wir hier gucken. Das wäre ja natürlich schon, aber Modi dann bitte auch ein paar Abonnenten übrig lassen für den, für den Podcast Kanal. Der muss auch noch ein paar Abonnenten kriegen. Alle mal auf den Podcast Kanal gucken. Kann ich den Link mal hier gerade kopieren? Hä? Die Maus von meinem Laptop, die ist ein bisschen beschissen. Copy-Paste. So, ich schicke mal den Link hier nochmal rein. So, zack. Einmal Podcast nach dem Port, nach der Aufnahme, nach dem Stream. kann ich den Kleiderbügel haben. Ja, genau, den bräuchten Modell. Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Ein Kommunist, Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Aluumhang zerknittert sehr schnell, weißt du. Dografier koffier nach dem Versuch Untertitelung des ZDF, 2020